Uhu und willkommen auf der Arcanum! Oder immer noch oder... whatever! Kekse! Wollte ich mal sagen. Wollte ich mal sagen. Ist man von hier gekommen? Ne ne? Hier müssen wir lange kommen. Oh hier, da kommt einer. Hilfe! Hilfe! Wir sterben! Hilfe! Riesenflieger! Na, wenn du sowas als Kanarien-Sittich irgendwo hast. Ach, schade. Ich wollte ihn da wieder hinschubsen, wo er herkam. Wie kommen wir noch mehr? Da kommt einer mit der Kettensäge! Hilfe! Star Wars Kettensägen-Massaker. 1 bis 27. Wer hat denn da so komisch gejubelt gerade? Keine Ahnung. Gerade so, yeah! Ah, ich war zu weit weg. Du warst zu weit weg. Hat erklärt er einen jetzt? Du gehst zwar nicht um, was das Ding war. Ja, ich konnte nicht angreifen. Meine Leiste war alles völlig dunkel. Ja, hab ich manchmal auch, was meine Leiste dunkel ist. Das ist ekelhaft. Ja, besser als die Bohren, oder? Ja, das stimmt auch wieder. So, jetzt ist hier der nächste Jump-Parcours, glaube ich, hier. Ah! Ah! Nicht überhaupt richtig? Ja, ich glaube auch. Hier durch? Ja. Und dann hinten in der Ecke. Hey, Stucking! Hilfe! Wo bin ich denn? Hä, da kommt Ben. Nee, hier. Hier, hier. Ah. Dann da rüber. Das ist ja noch eine Leichtigkeit. Ja. Und hier höre ich auf mit springen. Hier hört es auf leicht zu werden. Hä, wer kämpft? Wer kämpft? Wo? Hä, wer kämpft hier? Ach nee, ich hab hier schon einen ausgewählt. Entschuldigung. Verschuldigung. Wann, du dumme, blöde Tante. Oh na, ich hasse das. Man drückt die Kack leertaste. Und die springt einfach nicht. Macht sie nicht. Sieht sie gar nicht ein. Ja. Vor allem, das Schlimme ist, das ist so wie so ein, keine Ahnung, wie so ein komisches... Ja, das muss eine Hand und den Fuß übergehen. Aber manchmal ist das dann so, keine Ahnung. Alles Schietendreck. Oh, das war knapp. Guck mal, da kommen da wieder Mongros. Mhm. Wo ist denn meine Fährtin? Warum ist die nicht bei uns? Weiß ich nicht. Die mag wohl nicht mehr mit uns spielen. Doch, jetzt. Ja. Ist doch echt keine Aussage. Fallen die halten überhaupt nicht aus. Ja, ist doch gut. Ja, aber wenn ich solche Leute als Angestellte hätte, würde ich mir Sorgen machen. Ja, haben sich halt gut verkauft, um die Vorstellung zu sprechen. Stirb doch, du alter Pilzkopf. Das waren Fleischräubers. Ekelhaft, ne? Kennst du Fleischräubers? Ja, man nennt sie auch vom Beruf Nutter. Die kommen von Typhon. Den Planeten der Jedi. Ihr Schlimm ist so wunderbar. Weißt du? Weißt du? Weißt du? Verstehst du? Ah, es ist schon wieder diese... Anteilennamenslose. Ja, jetzt weiß ich doch nicht, wo die herkommen. So nach dem Motto, lass doch den alten Mann da reden. Versteht ihn sowieso keiner. Die Leute verstehen mich, ich weiß das. Meinst du? Weiß ich nicht. Meine Nase ist zu. Die Nase ist zu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Was entfesselt wurde, kann nicht aufgehalten werden. Claudine ist mit klein. Wo will er denn hin? Ja ich steh da schon vor dir, Mensch Junge Oh, falsche Taste drückt, Taste drückt, die falsche Mein Haustier war ja ausgeschaltet, das geht ja eigentlich noch gar nicht Das muss immer dabei sein Ich muss ja zugucken, wie groß und stark ich bin Wie heißt der? Haustier Das Haustier, was ich letztes Mal geschenkt gekriegt habe, hieß glaube ich Bob Ja Ich möchte, dass ihr bei der Suche nach den übrigen Samen der Wut helft Unser Verräter hat großzügigerweise frische Koordinaten zur Verfügung gestellt Ich übermitte sie jetzt, gute Jagd Danke, wir geben unser Bestes Samen der Wut Ich bin schon lange alleine, ich habe auch Samen der Wut Wo müssen wir denn hin? Hier ist eine Luftschleuse Oh Da gehen wir jetzt bestimmt auf unser Schiff Wiss ich nicht, ich bin im Ladebildschirm Echt? Ich nicht Ich hoffe, dass ich auf mein Schiff rauskomme Du nicht? Nö Klar Bei mir hat sich eine Tür geöffnet Gar nicht Ich bin jetzt im Schiff Schön Wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, können wir uns aussuchen, wa? Mhm Wo waren hier diese GSI? Da ist auf Tatooine, Alderaan, Hoth und Makaep Dann würde ich sagen Alderaan Fliegen wir nach Alderaan Heil dem Imperator Und was noch wichtiger ist Heil ihn Kann man machen Und dann nehmen wir denn die Missionen an Ein Alderaan Lass doch mal die Alderaan Auf Alderaan Das war eine Leertaste Klang gar nicht so leer Ne War heut voll warm draußen Ich war sogar in der Pause draußen Ich hab mich mal bei einer Kleiner Bräune Mal rausgetraut Na, ist zu mir schon was voraus Ich war erst gegen den Feierabend draußen Also zum Feierabend war ich draußen Ich fand das sehr warm Als ich dann da mit dem Arbeitskollegen dann nochmal nach Feierabend gequatscht hatte Weil ich den da beim Einkaufen über den Wilhelrand bin Da standen wir dann eine ganze Weile in der Sonne War noch wärmer Ja Und im Auto war auch warm Aber ich wollte heute noch nie die Klimaanlage machen Meine Güte, ey, da haben die auf Arbeit doof gekiegt Ich lauf ja auf Arbeit sehr zugeknöpft rum Also wirklich bis hoch zum letzten Knopf Und heute nur BH Genau, heute nur ein BH Und manchmal auch ohne Nein, und ich hab aber immer noch irgendeinen Top drunter Weil meistens ist es halt so, dass man durch Hemden oder Blusen oder so halt immer noch die Kleidung drunter sieht Und man kennt es ja vielleicht aus dem Ja, ich sag mal in Anführungsstrichen ganz sanft ausgedrückt Business-Bereich Man trägt immer unter ein Hemd noch was drunter Macht man einfach so Ich auch Und das hab ich jetzt aber heute zum Feierabend ausgezogen Also nicht das, was ich drunter trage, sondern meine Bluse Haben die doof gekiegt, ey, meine Fresse Als hätten sie noch nie mich in einem kurzärmlichen Shirt gesehen Also Wo ich mir auch dachte, ey, Alter Leute Kriegt euch ein Da war bestimmt wieder Ja, guckt doch mal wie die da rumrennen schon wieder So etepetete hier Denkt wunder wer sie ist Ne, eher so O und A und sieht gut aus und sowas halt Wo ich mir dann so denke, ey, ich war auch mal in einer anderen Position Einer niedrigeren, wo es fast egal war, was man anzieht Da müssten die das doch eigentlich kennen Jetzt bist du ja höhere Position, ja, stimmt Hast du schon lange nicht mehr erzählt darüber Ich wusste schon ja nicht mehr, ob du da noch bist oder nicht Ja Ist ganz schön anstrengend Ja Aber kommst noch klar Das ist die Hauptsache Da muss man denken Und dann bist du da Mhm Wie hast du das denn verkauft gekriegt? Kaprüste Halt hier, ihr Lieben Kommen sie mal hier wieder ran, ja Hier ist der GSI-Terminal Nehmen sie doch mal was an Alles, bitteschön, nicht wieder irgendwas vergessen Aber das keine wöchentliche mit bei, soweit ich gesehen habe Ja? Dann habe ich die mit angenommen Oder? Doch, stimmt Geil Hier ist nämlich um der Ecke schon was Irgendwas scannen Ist das von außen oder von innen? Ah, von hier außen Da, da, Atene Signal bei Hausdruck abgeschlossen Nichts gefunden Geil Nichts gefunden Die sind aber auch verrückt hier, wa? Wo wollen wir jetzt hin? Äh, wir haben doch da oben Im nördlichen Bereich Würde ich jetzt sagen, da mal hin so flattern Tun Dann müssen wir da nicht da lang Ja Geh an Stimmt, ich habe da gerade überlegt Wie wir da lang kommen Was denn du für Fohl, du Fohl Vögel im Fliege Nein Ich habe mit meinem Fahrrad heute meine 600 Kilometer geknackt Ich bin sehr stolz Ich bin jetzt mit meinem Fahrrad Innerhalb von Vier Monaten Sind das vier Monate? Oder fünf? Zwischen vier und fünf Monaten 605 Kilometer gefahren Das ist eine sehr schöne Strecke Ja Am Stück Nein, natürlich nicht Ja, das ist Aber ich bin sehr stolz darauf Muss ich schon mal so zugeben Ja Das ist eine sehr schöne Strecke Ist das schon hier? Ausgrabungsstätte? Nee Schon was gefunden? Ah, im Himmel ist so eine Truhe Aber So an sich nicht, nee Jetzt rennt die schon wieder weg Wartet, der hat nicht mehr auf mich Hier ist der Suchtruide, der findet hier irgendwas Ja, deswegen bin ich ja hier Was sucht denn der hier? Was ist denn das hier? Chemieabfall Jetzt fielen wir da drinnen rum Geil, ne? Wir wühlen im Oh, ich sehe glaube ich eine Kiste Jo, kommen sie mit, junger Mann Warte, warte, warte Komm mal schnell Achso, Kiste, ja Warte, warte, warte Bei mir war auch ein grüner Kreis Achso Ja, hier, gucke hier Diese grüne Ding hier Das müssen wir scannen Hab ich jetzt rausgefunden Halt kombiniert, Watson Komm, wenn ich jetzt den hier ruf mache Pass auf Pass auf Pass auf Pass auf Da passe doch auf Das soll ein Transmitter sein? Ja, nee, hier ist irgendwas mit Chemieabfall Bitte sehr Wie? Zwei brauchen wir noch Ja, da hinten habe ich noch einen gesehen Und ich dachte immer, das wäre kompliziert Aber man muss ja immer bloß die Augen aufhalten Nach irgendwelchen Sachen Wo bist denn du? Ich laufe hier im Kreis und gucke Aber hier ist doch so eine stinkende Blume Ja, dann machen sie mal Willst du auch eine machen? Ja Du hast ja eine, nee, eine Ich weiß Wo geht es hin zum Töten? Wir sind voll die Pros Ein Prosit, ein Prosit So, das war's für heute Keine Arsch Ja Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen Bei mir? Dankeschön, bitteschön Und ich würde mich freuen, wenn du morgen wieder einschaltest Na, aber mach ich doch Tschüss Tschülü